Ja hallo Leute hier sind wir wieder Tui und ich Hi Tui Hallo Jo und wir machen weiter wo wir gestern aufhört haben Nur schade ist dass Tobi fast nichts mehr weiß Tja ja, der böse Alkohol ne? Er hat dich verführt Auch wenn du mein Feine bist, das weiß ich wohl in der Bibelstelle geschrieben sollst du deine Feine lieben Weißt du doch, dass wir hier im Hintertürchen waren? Hintertürchen? Ja, Backdoor Ja, wir sind hier im Hintertürchen Ich geh nicht gerne durch Hintertürchen Ich? Da ist was Alter Weißt du nicht mehr, dass wir gestern die Tür verstanden? Weil du die unbedingt haben wolltest Du musst doch treffen Was ist hier hinten? Hier ist nichts Guck mal, da kommt was angerollt Die sind am coolsten Welche? Die sollt die Kreiseldinger Die können doch alle glauben, oder? Mein Inventar ist voll Das kotzt mich gerade leicht an Aha Ja 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 Alles was hier weiß ist, kommt weg Ja Alles was hier weiß ist, kommt weg Ich glaub schon früher, oder? Das war besser Das war besser Das war besser Das war Das war Ja Naja Zwei, drei Schüsse kann ich immer los machen Das ist uncool Boah, was ist das hier, Alter? Ein großes Viech Warte, ich bin gerade ein Level aufgestiegen kurz Nee, ich werd angegriffen Jetzt nicht mehr Gut Voll erwischt, Arsch Das hat weh getan Uh, die schrubbeln ist voll cool Stand ich gerade die ganze Zeit auf dir drauf? Wer stand auf mich drauf? Ich Das war so aus, als wenn ich auf dich ruf stand, weil ich so hin und her gekreiselt bin oder gehört bin Kreiselt nicht Ah, siehst, Munizium brauchen wir nicht mehr offen nehmen Ja Ja Brauchen wir nicht Soldat Hm Aber Granaten müssen wir offen, die regenerierst du nicht Nimmst du das nicht, Classmode? Okay, ich nehm's Wirst du damit Verkaufen Tann ist gefunden Oh Gott, ich häng irgendwo Ich häng auch Schauf da mal Zwei dumme, zwei dumme hängen an einem Erdhümpel fest So nenn ich die Episode Zwei dumme hängen am Erdhümpel fest Das ist Arb Oder den, oder den Part Die Episode Wow Achso, der ist bestimmt Ja, nehm's Ja, nehm's Schockt haltest Nächstes Level Du auch Ja Vierunddreißig schon, wa? Auf jeden Oh ne, ich fall ja besser nicht runter Sonst bin ich wieder am Anfang und darf den ganzen Weg normal laufen The Backdoor Boah Haaa Hecknehm Gesundheit So 714 Iridianer Waffe ist cool Tennis gespielt Gefunden Gefunden Nein Gespielt Bist du an der Rumspiel? Ja Das glaub ich dir Die Tiesischen ist da ne Ne Flutter Shotgun hab ich gefunden War das du da? Ja auch Oh, wird verkauft Aber man hättest du nicht drin liegen lassen? Wieso? Jetzt verkauft Gut Ja, ich verkauf die auch Pettenbleib Die kann weg Die kann weg Ach, weg damit Weg Die kann auch weg Die Vorräfe weg Weg Nee, die behalten Weg Weg Behalten Weg Hm Ich nehme nur Schilde noch Wo man Gesundheitsregeneration kriegt Das ist cooler Ja, Topic auch Ja, hast du von mir glaube ich, oder? Und das eine? Hui Hui Wie lange brauchst du noch? Ey, wo hab ich die ganzen Schilde her? Ist ja abnormal Ja, ich hatte auch so viel Hast du hier sehen? Ich hab so viel weggeschmissen davon Ich hab noch ne Sachen im Rucksack Ich hab noch Ach 31 Mir kam auch noch neun Ja, ja, klar Ich hab eher verkauft Hier, warte, hier liegt irgendwas Hilfe! Oh mein Gott Ahhhh, was ist das? Ich seh sie glaub ich Das ist Steel da oben Wer ist das? Steel Kommandantin Steel Warum heißt sie stehlen? Nee, wie Stalin Steel So Eisen Vital Ding Du rennst du da voll weit? Hä 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 Ich, 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 ich bin ein bisschen mit Raketenwerfung und du bist tot Was? Das war schon, ist ja langweilig Ja, die Gegner waren hier ein bisschen über, oder? Ein bisschen Ein bisschen Das ist so ein großer Fehlgegner wie das eine fehlende Feeder Ja, du meinst das komische Insekt, ne? Warte mal kurz Ja, genau Ich hab grad noch ne Eridiana Waffe Wirst du die haben? Zeig mal Boah, noch jeden Was ist denn bitte schön Der Wave Blaster Ich glaub den hab ich auch gerade neu gefunden Die Target dieses Dinges sind gezählt Haha, guck mal, guck mal hier Hier ist mal so ne geile Waffe für dich Hier, guck mal Die ist cool, oder? Guck mal meine an Ja, ich weiß, ich kenn die Aber hier, meine fliegen viel geiler Wollen wir tauschen? Nö, ich will die Kanonen nicht Ich mach die nicht Wirst du die hier haben? Ich nehm die Schrupfen bitte Kannst du die hier gerne haben Oh Peng 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 Wave Blaster Regian Wave Blaster Ich versuch mir hier um hinzukommen Da sind irgendwie Geldkisten oder so Aber ich weiß nicht wie man da rauskommen soll Ich hab zu wenig Naja egal Scheiß was Ist gut, wir gehen jetzt ins nächste Crimson Fastness Ja Gegner mit roten Schilden sind resistent gegen Feuerschaden Ach, schau mal einer guck Hm Die andere weg guck Hm Die andere weg guck Hier ist alles Ja, ich sehs gerade Berserker Classmoot Ne, meins ist besser, aber Krieg's jetzt Wow 500, warte mal hier ist ne 538, ich glaub meins 517 517 Hm, gut Ich mach den wieder rein Hm Geht jetzt keine Munition mehr Ich hab wieder einen Stürer drinnen Wirst du, ne Das ist scheine Ne, wirst du das eigene Schild, was ich grad gekauft hab? Ja, ja Ach, Gesundheitsregulation Regulation Aber Meint hat ne schnellere Ja Meint hat aber ne schnellere Aufladung Also Ist egal, Gesundheit kann ich immer gebrochen So Hier ist ne Tür Hilfe Junge, ich hab's grad gesehen Du wirst grad angelasert Angelasert Go Granate Wow Ich hab ihn immer in Kurve getroffen Ne, nicht immer in Kurve Ich hab die Gewand geschossen Die sind abgeprallt und haben die Typen getroffen So Scheiße Ja, komm wir Au, vor der steht doch nicht Achso, du bist ja schon wieder Ich wollt dich grad wiederbeleben Ich weiß auch nicht, wo ich da grade herkriegt hab Überfühle die Schütze, Alter Scheiße Geht doch Gross Ey, da hat ich glaub ich noch nen Clap-Trap, der noch nicht ganz kaputt ist Ja, hier ist ein Clap-Trap Ja, hier ist ein Clap-Trap Du bist ein Arsch Die sind voll cool Komm, lass mal erstmal den Weg gehen dahinten Mach dir nicht Lust über die Clap-Trap, die sind cool Kommst du hier? Hilfe Ahhhh Ich bin jetzt auf hier irgendwo Oh Gott Geht sie hoch Und war ne Seite, da ist ein Weg steckt Cool Cool Ich hab ne Granat geschmissen, die ist nicht dort explodiert, wo sie sollte, aber trotzdem wen getroffen Pst Was ist hier hinter dem Nichts? Uh, uh, uh Er wird geschockt, Alter Jo, man, das ist meine, meine Schrot Und von mir wird er verbrannt Na, das ist ja uncool Beides auf einmal ist echt uncool Warum? Na, für ihn Ich hab's gefunden Juhu! Komm, ich geh zu Clap-Trap Kommst du mit zu Clap-Trap? Ich will mit dem Auto hier fahren Geht nicht Clap-Trap, ich komme Erscheinen reicht ihm bestimmt auch Niemals Ahna Er ist ein Kletzter, er will immer alles Ja? Wo führst du mich hin? Uh! Er zeigt uns was Hier ist die Umfahrt gut, was ich überhaupt habe.